Can we get much help? Na gut, ein Drink. Du hast es geschafft, Mann. Auf jeden Fall. Cheers. Ach, du Scheiße. Deine Haare sind weg. Nein, oben. Jetzt habe ich Angst. Stuhl, steh auf. Wir haben ein kleines Ohr. Kack. Wo sind wir? Du wirst sicher ausflippen, aber alles wird gut. Ist was mit meinen Zähnen? Das ist ein echtes Tattoo. Was hast du gemacht? Hast du mich betäubt? Ich habe gar nichts gemacht. Das ist ein Äffchen. Wo steckt ihr denn? Weiß nicht, wir sind in irgendeiner Stadt aufgewacht. Ist Teddy bei euch? Sie suchen ihn schon den ganzen Maul. Ich fass es einfach nicht, dass es wieder passiert ist. Es ist Lauras kleiner Bruder. Er ist verschwunden. Ohne Teddy gehen wir nicht zurück. Wir wissen echt, wie man feiert. Ich wollte bloß einen Junggesellenbrunch. Ciao. Was suchst du denn hier? Das ist meine Begleitung. Wir hatten echt eine kranke Nacht, ihr Wichser. Seht in den Taschendach. Vielleicht finden wir Hinweise. Ching Mai Kloster. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Was ist das? Ein China-Restaurant? Wo zum Teufel steckt ihr? Wir sind in Bangkok. Hier ist es cool, im Sünden-Fuhl. Schieb den Atten wieder rein. Der ist tierisch. Festhalten, ihr Schwuchtel. Oh Mann, oh Mann. Was ist hier nur los? Hey Jungs, seht euch da sein. Alan, lass den Scheiß. Wenn ein Affe am Schniedel knabbert, findet man das überall auf der Welt lustig. Es ist ein Arschendach. Ja, du bist. Es ist ein Arschendach. Es ist eine Außen-Erschendach. Und wer, du bist. Vielen Dank.